Hey Kinder, was geht bei euch ab? Heute kam mein kleines Paket an und das schauen wir uns jetzt einfach mal zusammen an. Ich hab mir den Spaß schon erlaubt, das aufzuschneiden. So, also, es geht natürlich um das Dumbabla-Merch. Ich hab hier eine kleine, aber feine Geschichte, um euch einfach mal so ein bisschen einzufüllen. Das hast du mir noch kurz liegen. Das ist ja eine raffinierte Verpackung. Ich hab Schwierigkeiten mit einer Hand. Komm schon! Das Merch ist super verfackt, das kann ich euch sagen. Jetzt geht's um. Ja, das erste ist geöffnet, die erste Seite, und das sollte auch schon reichen. So, also, da guckt mal einer, schau, was wir hier haben. Oh yeah, die Waldsee sieht das geil aus. Die Dumbabla-Tasse, guckt's euch an. Man sieht mich schon ein bisschen drin spiegeln, ne? Das ist schon echt ultra cool geworden, nice. Kommen wir zum zweiten Teil der Beschickung, und zwar haben wir hier... Mein großes Gesicht, eben noch größer. Und den Schein, der unten klebt. Und diese, das ist Playmice, kann man essen. Ne. Das ist von der B.E.C. Collection. Ja, da guckt mal einer, schau. Oh mein Gott. Guckt euch dieses geile T-Shirt an. Da sind immer so kleine Krümel dran, von diesen Dingern. Richtig, richtig nice. Guckt euch das an. Bin ich jetzt cool? Na, was soll was von? Durch diesen Merch-Ram ist echt ein großer Traum von mir wahr geworden. Ich hätte nie gedacht, dass ich eigenes Merch mal habe. Also natürlich habe ich ambitioniert dahin gearbeitet, dass ich es habe. Und dass es vor allem auch Leute gibt, die es kaufen. Jeder kann sich Merch machen. Und wir haben komplett ohne Video dazu, wie jetzt dieses hier, dieses hier, schon einige Verkäufer am Start. Das freut mich halt extrem. Ihr unterstützt mich damit hart, weil ihr einfach diese Marke tragt, der dummer, weil ihr die Marke publik macht. Und natürlich, weil ich, ich glaube, 10 oder 20 Prozent oder 15 Prozent von dem, was ihr an Specialized bezahlt, abbekomme. Als Namensgeber halt für die Marke. Es gibt noch ganz viele andere Designs und es kommen auch immer wieder neue Designs hinzu. Das hier ist nur eins von, ich weiß nicht, von im Moment vier verschiedenen oder fünf verschiedenen Designs auf allen möglichen Artikeln. Tassen, Thermobecher, Bettzeug. Meine Haare sind gerade so lustig. Arschebecher, nee, Arschebecher habe ich nicht. Aber Handyhüllen, ultra viele Smartphone-Hüllen und so weiter und so fort. An der Stelle auch noch ein Riesendank an The Face. Ohne dich wäre das alles gar nicht vorhanden. The Face hat diese ganzen neuen Designs gemacht, die so richtig schick und geil aussehen. Dankeschön, Bro. Wenn ihr euch ein T-Shirt kaufen wollt, dann nutzt auf jeden Fall den Promocode, der im Videotitel steht und auch in der Videobeschreibung. Der geht noch bis zum 29.8. Bis dahin könnt ihr 15 Prozent beim T-Shirt-Kauf sparen. Also nutzt ihn, Kinder, nutzt ihn. Diese Codes bekomme ich immer wieder. Vor kurzem war ein Code dabei, bei dem die Versandkosten weggefallen sind. Da könnt ihr mich auch gerne fragen, falls ihr mal vor einem Kauf steht, hey, gibt's gerade ein Code oder sowas. Ich werde die Tasse jetzt gleich spülen und dann direkt mal einen Schluck draus trinken. Schmeckt bestimmt ultra dummablig. Ja, wir haben auch unseren eigenen Geschmack. Hi, Guys. Ja, das ist echt ultra nice. Freut mich voll. Sehr schön. Finde ich sehr schön. Wenn ihr euch Merch kauft, könnt ihr gerne, wenn ihr das wollt, also wenn ich euch nichts ausmache, wenn ihr euch es traut, könnt ihr mir gerne per Twitter oder so Bilder schicken, wie ihr das tragt oder wie es halt bei euch auf dem Bett liegt und abfotografieren, die Tassen oder wie auch immer. Und dann bastel ich die einfach in ein Video zum Beispiel rein. Oder twittert es zumindest und sagt, hey Leute, da hat wieder jemand eingekauft, Dankeschön. Also wenn ihr das wollt, wenn euch das nicht irgendwie unangenehm ist. Ja, das war's eigentlich soweit. Das Video wird ganz schön kurz. Aber egal. Vielen Dank schon mal an alle, die bereits Merch gekauft haben und natürlich vielen Dank an alle, die es machen werden. Dankeschön, Dankeschön. Kommt man ein bisschen näher. Hallo, hallo. Bitte. Das war's. Tatsächlich. Dankeschön. Dankeschön.